Der Wahnsinns-Wolf-Cast! Heisst das eigentlich Wolf-Cast oder Wolf-Cast? Ich sage Wolf-Cast. Du sagst immer Wolf-Cast und im Intro ist auch Wolf-Cast. Vielleicht haben wir ein neues Intro und vielleicht auch nicht. Aber wir haben eine mega Wolf-Cast 20 Challenge Audio. Unglaublich. Nein, es ist unglaublich. Du siehst nicht, es ist 25. Wahnsinn. Und alles geht darum. Wahnsinn. Verrückt. Nein, verrückt. Ganz krass. Wolf-Cast. Hallo Martin. Das hast du mir immer noch nicht geschickt. Schick das mal. Jetzt fangen wir an. Komm. Ja. Zack. Wolf-Cast 20. Ich freue mich. Ich freue mich so wahnsinnig. Das ist super. Ich habe ganz, ganz viel Material dabei. Unglaublich viel Material. Oh. Hast du das da gesehen? Ja, das ist mir sofort aufgefallen. Ja, ja. Jetzt habe ich so oft von dem erzählt. Ich habe gedacht, ich muss es mal zeigen. Hey, weisst du, und früher. Die Platte. Schau mal. So schön gemacht. Mega. Ja, mega. So schön gemacht. Und so der Moment, wo du dann die Platte rausnimmst und dann so die Platte in der Hand. Es ist einfach... Ja. Wirklich. Es ist kein Tipp, aber... Aber es ist etwas Schönes. Aber es ist etwas Schönes. Und es ist natürlich eine super Überleitung, oder? Weil wir machen ja fast so einen guten Sound. Und haben den Sound-Schnipsel 25 Punkte verarbeitet. Und ich würde sagen, wir schauen gerade mal rein. Ja, wir schauen rein. Der hat den Titel Der Trichter. Hey, der Trichter trönt ja wie eine Trompete, der Sound-Schnipsel. Nein, nicht der Sound-Schnipsel. Der Trichter. Der Trichter trönt, trönt, trönt wie eine Trompete. Das ist ja so. Das ist wahnsinnig geil. Ja. Ich muss, glaube ich, gleich noch anfangen, Trompete zu spielen. Ich fände es cool. Ich fände es auch cool. Wahnsinnig cool. Ist das ein Tipp? Trompete zu spielen? Nein. Nein. Wolltest du zuerst einen Tipp vor dem Challenge? Ich bringe gerne einen Tipp. Hast du einen? Ah, ja. Sorry. Ja. Ja. Es ist jetzt einfach nötig, einmal zu sagen, hey, kauft doch eure Instrumente nicht mehr im Internet. Wirklich. Ich habe seit ungezählten Jahren, früher noch beim Reto und beim Döme, heute bei Patrick extrem herzlichen Dank. Mein letztes Baby, das ich von dort habe, ist meine wunderschöne ... Ja, das ist jetzt ein bisschen schwierig hier. Meine wunderschönen Gipsen. Ja. Sieht man schon, hey. Ja. Es ist einfach schön, wenn du noch jemand herkommst und wie ein bisschen zu Hause bist, die Kehrseite ist, nimmst du jedes Mal noch etwas mit von zu Hause. Nein. Das war mein Tipp. Also, unbedingt einen Link oder etwas unten in den Kommentaren bitte. Und jetzt ... I'm ready. Ja, ich habe noch nicht ganz. Aha. Schau mal, ich habe noch eine Boombox dabei. Ja. Du musst Sounds erkennen. Ziemlich simpel. Oh shit. Und wir schauen mal weiter, dass wir kommen. Drei, vier, fünf. Finde fies. Ja. Ich fange mit den Röten an. Ja. Das wäre so ein Einstieg. Nein, jetzt bin ich total nervös. Ich habe nicht gerne so Druck. Mhhh. Das ist ja gut. Zähnschnipsel. Sehr gut. Sehr gut. Komm, wir gehen da ein bisschen ... Wir gehen da ein bisschen ... Mich bisst die Nase. Denkt jemand an mich. Wir gehen da ein bisschen dem Rhythmus weiter. Soll ich kratzen? Ich habe ihn belassen immer. Äh ... Was? Bergbach. Jetzt kommt ein schöner. Der gefällt mir. Vielleicht kann man dann so ... Ah, das Bergbach. Ich muss einfach sagen, was es ist. Ja. Ah, das ist nicht aus einem Dings. Ah, okay. Ja, sorry. Du musst es erkennen. Ja, jetzt habe ich es wieder verstanden. Also, wir müssen ein bisschen Füsche machen. Ja. Zahnarzt. Türe, die quitscht. Sehr gut. Geht ja. Komm, wir machen noch einen. Der ist auch sehr süssig. Nachher ... Ja. Den kann ich jetzt. Feuerzeug! Gut! Ja! Ja! Juhu! Super. Aber bin ich jetzt ein zertifizierter Soundhörer? Ja. Das ist so geil. Ich sammle den Sound. Vielleicht habe ich mal so einen richtig guten. Aber so ein Feuerzeug wäre doch auch noch schön für einen Soundschnitzel. Ja, das wäre super. Ich würde mich freuen, vor allem wenn ich es mir dann irgendwann schicke. Das war eine Wolf-Challenge, oder? Ja. Könnte ja auch etwas für den nächsten Wolf-Cast sein. Und das heisst ... Ja, den haben wir auch schon gehabt. Ja, ja. Ausblick! Wir sind beim Ausblick, genau. Du hast es super gemacht. Ja. Bravo. Ich bin immer noch dran, meinen YouTube-Kanal am aufbauen. Ja. Ich hoffe, auf dem 21. kann ich ein erstes Video präsentieren. Weisst du noch? Das wäre doch schön. Ja. Das wäre doch sehr schön. Ja. Ich habe dann im 21. Also das wird Hammer. Ich habe eine so eine lässige Challenge für dich. Die wird so gut. Die wird so gut. Das wird der Renner. Ja. Ich kann mich noch schliessen. Ciao, Kriegi. Ciao, Martin. Tschüss zusammen. Macht's gut. Hebt Sorge. Bleibt gesund. Bleibt gesund. Sagen wir jetzt noch ein paar Mal. Bleibt gesund. Bleibt gesund. Wahnsinn. Krass. Schönen Sonntag. Ciao. Aufkast. 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 Ja, ich weiss. Du könntest eben dann so drein reden. Ah, gut. Dann sag mal Wahnsinn. Wahnsinn. even soreng gingen. Even soreng. Ja, ich weiss. hovering aus dem Abangören.